Nicht nur mit Ex, Pietro feierte auch mit den Tarellas. Er sorgte für ein kleines Weihnachtswunder. Pietro Lombardi, 25, verbrachte das Fest der Liebe mit Ex-Frau Sarah, 25, zur Freude ihres gemeinsamen Sprösslings Alessio, 2. Der Knirp freute sich sichtlich über die besinnliche Zeit zusammen mit Mama und Papa. Doch der Sänger stattete auch guten Freunden einen Xmas-Besuch ab, den Tarellas. Irgendwie war es dennoch ein Familientreffen, und Giovanni Tarella, 39, verbindet nämlich weitaus mehr als nur Freundschaft. Die zwei Musikerkollegen mit italienischen Wurzeln sind ein Herz und eine Seele sie betiteln sich selbst immer wieder als Brüder. Sogar als der DSDS-Gewinner wegen einer Knöchelverletzung nicht an der diesjährigen Staffel Leads Dance teilnehmen konnte, sprang sein BFF Giovanni für ihn ein. Daher war es für den 25-Jährigen offenbar eine Selbstverständlichkeit, an den Feiertagen auch bei seinem Wunsch pro Vorbei zu schauen. Festgehalten wurde die feierliche Visite auf einem Schnappschuss, den auf Instagram postete. Auf dem Gruppenfoto mit im Bunde, Elgatin Jana Inna, 41, Brosis-Mitglied Ross Anthony, 43, und dessen Partner, der britische Opernsänger. Sie trennen ganze 14 Jahre – doch der Altsunterschied ist den beiden Pop-Sternchen nicht anzumerken. Erst Anfang Dezember veröffentlichte der 39-Jährige ein süßes Family-Pick, auf dem er mit und seinem leiblichen Bruder Stefano in die Kamera grinst. Auch die beiden sind zu echten Buddies geworden. Abendessen mit meinen Brüdern, kommentierte er den Bromanse-Post bei Facebook. geht's süß, setz dich, weiterg teddy,leichen zombies, bro jersey und wandel Reaktion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Oh, ciao! Vielen Dank.